Musik Zum 17. Schweizerischen Turn- und Sportfest SATU 87 hat die idyllische Äbterstadt Wiel im Kanton St. Gallen geladen. Circa 8'000 Turnerinnen und Turnern sind dieser Einladung gefolgt und haben ihre sportliche Können in 19 verschiedenen Sportarten unter Beweis gestellt. Nicht umsonst ist der SATU der Wohlpolisportivsverband in unserem Land. Schon am Freitag haben die sportlichen Wettkämpfe angefangen, wie zum Beispiel hier 50 Turnerinnen aus Dietikon, die mit ihrer Vorführung das Prädikat gut bis sehr gut in der Stärke Klasse 1 erreicht haben. Bei den Herren sind am Freitag auf der Matte die Wettkämpfe im Nationalturn über die Bühne gegangen. In verschiedenen Sportarten und Kategorien von Leistungsklasse 1 bis Kategorie A haben sich die Sportler gemessen. 6 7 11 12 13 Der begehrte Eichenkranz oder ein Eichenzwieg sind dann allerdings nur am Sieger der entsprechenden Kategorie zuteil worden. So am Beat Niederhausen aus Gonteschwil aus der Leistungsklasse 1, er hat einen kleinen Zwieg bekommen, am Alex Imgrüt aus Puttisholz aus der Leistungsklasse 2 mit einem grossen Zwieg, am Daniel Kaufmann aus Rohrdorf aus der Leistungsklasse 3 mit einem Doppelzwieg und am Kaspar Bühlmann aus Puttisholz aus der Kategorie A, er hat einen Kranz gewonnen. Sonntagmittag auf der Mattwiese, der krönende Abschluss vom Satus 87. In Scharen hat sich die Willer Bevölkerung rund um den Platz eingefunden. Gespannt warten auch die Gäste auf der Ehretribüne, unter anderem der Altbundesrat Judi, der Chorkommandant Feldmann, der Zentralpräsident vom Satus, der Ernst Steck und der OK-Präsident Hans Wechsler auf die Schlussvorführungen. Hier beweist gerade die Jugend aus der Region ihres Können. Dass man auch im Alter durchaus noch fit sein kann, zeigen die Senioren aus der ganzen Schweiz mit einer farbigen und frohmütigen Vorführung. Applaus 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 Was Körperschule heisst, demonstrieren Turmer aus Steffisburg, die unbarmherzig mit dem nassen Boden konfrontiert worden sind. Sie haben übrigens das Prädikat sehr gut erreicht in der Stärkenklasse A. Applaus 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 Farbig ist es dann weitergegangen mit einer Regionalvorführung von Solothurn, Basel, Luzern. Die Sympathie und das Mitgefühl für Turnerinnen und Turnern waren wohl doppelt so gross, wenn man die arg verschmutzten und die Mitleidenschaftsagene Töne gesehen hat. Applaus 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 Sie haben lange eingestudiert, auf charmante Art und Weise vorgetragen und sportliches Engagement gezeigt. Hallo! Engagement hat aber leider auch Petrus gezeigt, nämlich dafür, dass er den Umzug mit Regen verschont hat, hat er ihn dafür jetzt umso mehr strömen. Darum hat an dieser Stelle einen schweren Entscheid gefehlt werden müssen, nämlich der Abbruch dieses Sonntagsprogramm. Die Stimmung aber, die über die ganzen drei Tage herrscht hat, hat sich in der Zeit weiter verbreitet, ins Festzelt und vielleicht haben sie Turner auch mit Hause gedreht, aus der Turnerstadt Wiel.